Hallo, wie schön, dass du eingeschaltet hast. Dieses Video ist für Janett und alle anderen, die sich gerade mit Kopfschmerzen rumplagen. Wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, zu mir zur Massage zu kommen und das zu beheben, hier ein paar Techniken, wie ihr das vielleicht selbst schon lindern könnt, euch guttun könnt. Bitte nimm dir diese zehn Minuten hier nur für diese eine Sache, in der du nichts anderes machst. Handy zur Seite, Laptop zur Seite, also der mich zeigt, das brauchst du natürlich, aber bitte gerade nur das machen und nichts anderes. Alright, let's start. Zunächst einmal ein paar kurze Lockerungsübungen, dann ein paar Massagetechniken und dann schwimmen wir nach. Los geht's! Schultern kreisen, viermal zurück und viermal nach vorne und zwar den ganzen Weg wahrnehmen. Rechte Schulter heben, rechte Schulter loslassen, linke Schulter heben, linke Schulter loslassen, aufrechte Sitzposition. Das heißt, das Becken ist geerdet, die Füße sind geerdet und vom Becken aus aufrecht wächst die Wirbelsäule nach oben. Atme hier ein, ausatmen, schau nach links, einatmen, zurück zur Mitte, ausatmen, schau nach rechts. Nochmal jede Seite ein und aus, ein und aus. Zurück zur Mitte kommen, atme ein, nochmal die Schultern ganz entspannt lösen, locker lassen. Und dann nimmst du den Kopf und das Kinn einmal richtig weit nach vorne, schiebst das Kinn vor. Wenn du merkst, es verschlimmert deine Kopfschmerzen, dann natürlich nicht in den Schmerz reingehen. Aber sanfte Mobilisation nach vorne schieben und wieder zurückschieben, Kinn ganz weit zurückziehen, Doppelkinn machen, vorne und zurück. Und das ist kein schnelles Abarbeiten, sondern ganz bewusstes Führen der Bewegung, selbst wenn du die vielleicht jetzt einmal weniger ausführst, als ich sie dir zeige. Lieber zu langsam, als da zu schnell reinhasten und durchhasten. Zurück zur Mitte kommen, ganz entspannt den Kopf einmal lockern. Nimm deine Füße wieder zurück zum Boden, da sind sie ja wahrscheinlich noch Hände auf deine Oberschenkel. Und zieh noch einmal die Schultern nach oben, atme ein und ausatmen durch den Mund, Schultern lösen. Schultern bleiben unten und nur durch die Nase einatmen, gerne die Augen für einen Moment schließen. Durch den Mund aus. Einmal noch durch die Nase ein. Und lösen durch den Mund. Weiter durch die Nase atmen, einen Moment nachspülen. Und hier in deinem Aufrichtensitz bereits Weite entstehen lassen zwischen deinen Augenbrauen. Weite auf der Stirn. Und stell dir vor, wie die ganze Kopfhaut sich entspannt und weit wird. Und dann kannst du die Augen gerne geschlossen lassen und ich leite dich durch die Bewegung, wie es dir angenehmer ist. Und nimm zunächst deine Hände einmal aufeinander, reib sie aneinander und leg sie dann wie Tassensacken im Englischen, wie Cups auf deine Augen, so dass du nicht auf die Augen drückst, sondern einen Moment mal die Augen abdunkelst und in diese angenehme Dunkelheit eintauchst. Die Augenmuskulatur kann vollständig entspannen. Spür deine Atemzüge ruhiger werden, tiefer, ohne irgendetwas zu forcieren. Und bringe die Fingerspitzen von hier aus auf die Stirnmitte, dass die Fingernägel sich sozusagen treffen, die Hände aufgestellt sind. Und drücke sanften Druck auf die Stirn und zieh ganz langsam sanft die Finger nach außen mit sanftem Druck, als würdest du so Zehnlinien auf deiner Stirn malen. Lass dir bei diesem Streichen ganz viel Zeit, um wahrzunehmen und loszulassen. Außen angekommen, fahre noch einmal deine Stirn ab, diesmal mit Zeige- und Mittelfingerkuppe auf die Augenbrauen und gib dir zunächst so einen kleinen rotierenden Kreis am Anfang, am Ansatz deiner Augenbrauen. Und von dort aus, vielleicht merkst du auch, da ist so eine kleine Kuhle. Wenn dir das gut tut, da reinzudrücken, dann bleib da noch eine Weile länger. Aber auch nur so stark, wie es dir jetzt gerade angenehm ist, wie es gut tut. Geh nicht zu weit. Und dann zieh die Fingerkuppen über die Augenbrauen nach außen. Und das sind alles so Abfahrmomente, in denen du spüren kannst, ob das da irgendwo einen Punkt gibt, an dem es ganz besonders angenehm ist, noch ein bisschen länger zu bleiben oder nochmal wieder zu kehren, zu diesem Punkt zurückzukehren. Wenn du außen angekommen bist, leg Fingerkuppen auf deine Schläfen und kreise ganz sanft auf deinen Schläfenbeginner. Mit kleinen Kreisen lass sie größer werden. Und dabei schiebst du das Gewebe wirklich hin und her. Also du streichst nicht auf deine Haut, es sei denn das ist das, was dir jetzt gerade angenehmer ist. Aber teste gerne mal aus, wenn du dich sozusagen in das Gewebe reingräbst und dann die ganze Haut und den Muskel darunter sanft verschiebst. Eine Richtung. Die Kreise größer werden lassen, dann vielleicht auch mal über die Haut fahren, über den Haaransatz. Und die Richtung wechseln, mit den großen Kreisen beginnen. Also da fahre ich jetzt so ganz leicht auch über die Haut, aber nicht viel. Also ich verschiebe das Gewebe und gleichzeitig rutsche ich ganz sanft über die Haut, also ganz leicht. Das ist schon ein relativ intensiver Druck. Und mache die Kreise langsam wieder kleiner. Und komme zur Mitte der Schläfe. Von dort aus einmal kurz absetzen, die Rührung nachspüren und die Finger neu aufsetzen unterhalb der Schläfe. Und an den Seiten deines Kopfes entlang tief gehen, sodass du deinen Kiefer wahrnimmst, die Muskulatur, die deine Kaubewegung steuert, entlang gehst. Und da, wo du den größten Teil des Kauemuskels erreichst, auch nochmal kreisen. Finde so deine Punkte, die für dich da intensiv, angenehm intensiv sind. Bleibe ich hier so lange, wie es dir gut tut. Und fahre dann den Kiefer weiter nach unten ab. Ich finde dort das Abfahren nicht mehr ganz so einfach, deswegen nehme ich mir hier gerne die Kieferknochen zwischen die Finger. Und mache hier so kleine punktuelle Druckberührung. Also ich schiebe die Fingerkuppen in das Gewebe hinein. Gleichzeitig nutze ich den Daumen, um unten in den Zungenboden sanft reinzuschieben. Dabei kann man nicht so gut sprechen. Sehr schön. Einmal noch vom Haaransatz oben nach unten ausstreichen. Na gut, dreimal macht man in der Regel. Machen wir das heute auch. Und alle Spannung mit rausnehmen bei der Gelegenheit. Abgeben. Sehr gut. Dann, wenn du deine Haare zusammengebunden hast, finde ich es einfacher, sie zu öffnen, um hier in so kleine Druckpunktmassage zu kommen. Mit deinen Fingerkuppen Druck auszuüben auf die Kopfhaut. Gerne beginnt bei der Stirn und dann wandelst du einfach deine ganze Kopfhaut ab. Drückst rein und löst wieder, drückst rein und löst wieder. Und auch da bist du dein eigener Experte. Also es verändert sich ja auch immer wieder, wo wir gerade das Bedürfnis haben, ein bisschen Erleichterung zu schaffen. Da bleibst du halt ein bisschen länger, aber geh trotzdem die ganze Fläche ab. Dass wir uns jetzt nicht nur auf die schmerzenden Punkte konzentrieren, sondern die Aufmerksamkeit auch wieder ausweiten. Weg nur von den schmerzenden Punkten. Dann kannst du so zwei-, dreimal schamponieren durch die Haare gehen, so wie du dir auch Shampoo in die Haare bringen würdest. Und dann komme zum Hinterkopf. Ich mach meine Haare mal kurz hoch. Obwohl es trotzdem mit offenen Haaren einfach ist. Also lass deine gerne offen, aber dann siehst du, wo ich hier hingehe. Zum einen einmal deine Finger hier auf diese Muskel, die hier hochführt, legen und schieb sie nach oben hoch. Nochmal hoch. Noch dreimal. Und dann hier oben angekommen. Am Schädelansatz wollen wir die Faszie lockern. Ich merke gerade, dass ich ja nicht, ich habe mein Mikro meinem Mann schon mitgegeben, dass ich schon im Koffer habe. Deswegen hört ihr mich heute wahrscheinlich ein bisschen schlechter. Hier hinten am Hinterkopf wollen wir ansetzen und nach unten streichen. So sieht's aus. Und zwar schiebst du die Finger ins Gewebe rein, bis du richtig merkst, du kommst Richtung Knochen, Richtung Schädel. Und dann ziehst du ganz langsam mit ganz viel Zeit nach unten. Lass dir richtig viel Zeit dabei. Spür, wie sich das Gewebe langsam lockert, bis es eine Weile braucht. Und geh wirklich erst tiefer, wenn du merkst, dass die Fingerkuppen im Gewebe gleiten. Also nichts erzwingen. Manchmal braucht es eine Weile, bis es weich genug ist. Und da das eine sehr langsame Bewegung ist, würde ich dir empfehlen, das auch anschließend noch zwei, dreimal zu machen. Wir machen es jetzt hier noch ein weiteres Mal. Vielleicht die Position leicht verändern. Ich darf nicht nach hinten sprechen. Vielleicht die Finger näher zueinander nehmen. Und nochmal nach unten ziehen. Jederzeit gerne die Augen schließen, um nachzuspüren. Wenn du das nächste Mal abgeschlossen hast, greife mit deinen Händen den Muskel, der hier oben auf der Schulter aufliegt, auf dem Wacken aufliegt. Wenn das jetzt das Schulterblatt verbindet und dieser kaputten Muskel, der hier oben lang geht, auch alles, was du da an Muskelmasse greifen kannst. Reingreifen, richtig mal reinkneten, reindrücken. Einen Moment halten und sanft nach vorne ziehen und lösen. Zweimal Muskel greifen, nach oben ziehen und nach vorne ziehen und zu lösen. Einmal noch richtig Feuer reingeben. Und lösen. Dann knete dir deine gegenüberliegende Schulter einmal durch. Und wechsel dann die Seite. Oh, ich merke gerade, das ist so schön aus den Armen abzugehen. Nimm den ganzen Arm noch mit, den Unterarm, wenn du viel am Schreibtisch warst, so den Mausarm. Gegenüberliegende Seite, Schulter kneten, Oberarm kneten, Arm und einmal die Hände. Sehr, sehr, sehr gut bei Kopfschmerzen wirkt. Dieser Punkt. Dann können wir auch gerade nochmal mitnehmen. Einmal oben auf der Hand und von unten gegen drücken. Kleine Massage. Du wirst auch merken automatisch, meistens wenn du Kopfschmerzen hast, dass der auch viel empfindlicher ist. Auf der anderen Seite. Und atme in dieses Gefühl, die Empfindung rein, die ausgelöst wird in dem Moment, wo du in diesen schmerzenden Punkt schiebst. Und lösen. Beide Arme einmal über die Seiten lang nach oben bringen. Streck dich lang. Ausatmend, Hände vor dein Herz. Machen wir noch zweimal. Einatmend richtig weit, Brustkorb öffnen. Lang nach oben. Ausatmend, Hände vors Herz. Letztes Mal ein. Ausatmend. Hände vor dein Herz. Gerne übers dritte Auge tief bringen. Die Augen schließen. Die Hände auf deinen Oberschenkeln ablegen. Den Sitz wieder aufrecht ausrichten. Deine Wirbelsäule lang. Nacken entspannt. Tiefer gelöst. Meine Kopfkrone wird wie an einem seidenen Faden nach oben Richtung Himmel gezogen. Ganz mühelos. Dann stell dir vor, wie deine Stirn sich noch mal mehr weitet. und sich je nach Empfinden ein heilendes Licht oder angenehm friedvolle heilende Dunkelheit über deine Stirn und deinen Augen ausbreitet, wie so ein Mantel darüber legt. Alles, was geheilt werden will, heilt, Ruhe schenkt. Nimm dir Zeit, mit jedem langen, gleichmäßigen Ausatemzug die Muskeln in deinem Körper mehr zu entspannen. Alles an Anspannung, was du für diesen Moment nicht brauchst, loszulassen. So, dass auch die Augäpfel in die Aughöhlen rein sinken können. Ganz entspannt. Stell dir vor, dass ein angenehmer, warmer Sommerregen sämtlichen Schmerz und Spannung jetzt von dir abwäscht, indem er sanft auf deinen Kopf trommelt, sanfte Regentropfen deinen Nacken heruntergleitet, über die Arme fließt und mit seinem Fluss alle Anspannung, allen Schmerz mitnimmt. So, dass die Spannung in den Boden abfließen kann, dein Körper entspannt und weit zurückbleibt. Die Erde, das Wasser kompostiert, in Wertstoffe umwandelt. Nimm deine Fußsohlen am Boden für einen Moment wahr, sodass, wenn der Regen von dir abgewaschen ist, dein Körper völlig gelöst, dein Geist ruhig und entspannt zurückbleiben. Nimm dir deine Zeit, diesen Übungen nachzuspüren und deiner eigenen Zeit wieder zurückzukommen. Wenn du soweit bist, dann vertiefe deine Atmung, Stück für Stück wieder hierher in diesem Moment zurückzukehren und wenn du soweit bist, deine Augen zu öffnen. Und ich bedanke mich sehr, dass du ausprobiert hast, hier dir etwas Gutes zu tun gemeinsam mit mir und vielleicht hat alleine schon die Tatsache, dass du dir für diese kurze Zeit deine Zeit genommen hast, ohne irgendetwas anderes parallel zu machen, schon dazu beigetragen, dass sich dein Körper ein Stück entspannen konnte, dass dein Geist ein Stück ruhiger werden konnte, auf das aller Schmerz sich auflöst. Hab einen wunderschönen Tag. Namaste.